Als großes Dankeschön bekommen Sie jetzt hier eine Weltpremiere. Darauf haben wirklich alle The Voice of Germany-Fans gewartet. Und wir auch, ne? So ist es, denn Sie haben hier Ihre Karriere begonnen und jetzt haben Sie das erste Mal eine gemeinsame Single zusammen mit More To This Life. Hier sind Max Giesinger. Und Michael Schulte. Viel Spaß. Vielen Dank. I know there's no forever young No use in all and on for all time And I know that part of growing up Is breaking your heart, but why? Lately, I feel like lately Instead of heaven I only see sky But maybe, I mean maybe Oh, there's got to be more to this life More to this life Got to be more to this life I used to look up to the stars Reaching out my hands like they didn't seem flat Now I'm somewhere lost in the dark But what if there's a chance to go back to the start I know that part of growing up I know that part of growing up I know that part of growing up Is breaking your own heart, but why? I know that part of growing up Lately, I feel like daily Instead of heaven I only see sky I always see sky But maybe, I mean maybe But maybe, I mean maybe La, 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 la. Baby, it's been hard for me to find just a little peace of mind. How about you? And maybe there is something more to life that we can't see with our eyes. Ain't it true? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 wirklich sehr. Ihr hattet TV-Premiere bei The Voice of Germany vor elf Jahren. Ich weiß es noch, das ist mir so vor Augen, wie ihr hier auf der Bühne stand, so klein. Ja, und jetzt hier eure TV-Premiere von eurem neuen gemeinsamen Song. Supergeil. Wie hat es sich angefühlt? Eigentlich wie damals. Also ich war genauso aufgeregt wie vor zehn Jahren. Also man, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ihr macht das ja noch so drei, vier Jahre länger. Aber für mich hat es sich ja auch nicht so viele verändern, war hier mein Coach von damals, der sitzt immer noch da. Und hätte der heute wieder gedrückt für Michael? Also ganz ehrlich gesagt, ich bin vom ersten Tag bevor The Voice ein Riesenfan für Michael und bin immer noch ein Riesenfan. Der ist einfach eine Deutschlands größte Künstlerin, muss man einfach sagen.